Hallo und herzlich willkommen zurück zu Menonbomber mit dem Krian, hallo, mit dem Blankwolf, hallo, ah, 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 oh mein Gott, und dem Marcel, und dem Alex, hallo, nicht, tschüss, wow, wir sind alle am selben Punkt gestartet hier, voll krass, könnt ihr es glauben oder nicht, heute ist Weihnachten, okay, das klingt schnell, heute ist Weihnachten, frohe Weihnachten, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, dazu sag ich jetzt nichts, wünsche frohe Weihnachten, Christmas and a fucking New Year, seriously, jetzt sind wir schon nur zu viert und dann spawnt der uns trotzdem so kacke, ist ja unglaublich, das ist saukrass, normalerweise spawnt du da immer diagonal entfernt, weißt du, keiner sieht den anderen für zwölf Jahre, wer ist der grüner, Marcel ist grün, ich bin violett, tschüss, da ist er aber schön geflogen, Alex, hast einen schönen Fluch gemacht, danke, ah, verdammt, da bin ich irgendwie an der Kante, das geht nicht, das war ein Fail, aber wie schön ich gelandet bin, Marcel ist jetzt gleich am härtesten am Flan, wenn er stirbt, waaas? Als er sich gerade so gefreut hat, dass er dich getöten konnte, getöten konnte, was wir hier losblicken wollen, guck mal wie schön ich gelandet bin, Alex, verfolgt der Kante Marcel, wunderbar, oder? Ich weiß halt einfach, wo das Loch ist Das lassen wir jetzt alle unkommentiert stehen Marcel versteht sich, deswegen, dass er es unkommentiert Da legt er sich gleich hin Oh, da geht's ab, ich hör's Müssen wir gleich mal die Sicht wechseln, hier ab zu Blankwolf Der cheatet wieder, das fängt schon wieder an, deswegen haben wir an die Dinge spielt Und der cheatet doppelt, ey, was ist los mit dem? Ah, da sagt er sich wieder nein, er wartet auf bessere Sachen Oh je, da geht er ab Blankwolf Er hat jetzt hier richtig Power drauf, guck mal wie er abzieht, er ist gar nichts zu Und tschüss Das war ja wohl gerade easy für dich Ach, naja Ja, wenn der Marcel Das hätte sich so eine Herausforderung Oh, Shots fired Tick burn, brah Wenn der Marcel da eine Sekunde schneller kommt, oder weiter rechts ablegt und dann drückt, stirbst du sogar noch, weil er hat ja auch nie Mord gehabt Ja, also Schneck und Erich Ist doch schon viel besser Oh, tschüss Guter Junge Hast du gut gemacht, kriegst du den Keks Hast du was gelernt Uh, Keks, lecker, lecker Aber nach der Aufnahme Unfair Der Letzte muss ihn essen, die Sorte von Keks Es ist ein ganz besonderer Keks Den kennt er doch gar nicht Den kennt er nicht Er ist unsichtbar und geschmackslos Also freu dich schon mal drauf Oh, wow Alex hat ihn gebacken Genau so viel geschmacklos Unsichtbar und geschmacklos Das hat sich an wie unser Humor eigentlich Also nicht vorhanden Doch Alles geschmackslos Schnee weg Jetzt gibt's Loot hier Loot, gib it Komm, wir nehmen da auch mal mit Kennen da nichts heute Ich hoffe, niemand hat vor, meinen Schlaf auf den Blöcken zu stören Uh Äh, nein, nein, nein Nicht runterschmeiß Oh Los, lass uns alle stören Don't reduce Hey Hier mit Remote Ja Hallo Danke Nee, nur er Ich chill hier nur Guck mal, Job Ist ja was Das nehme ich gleich mit Ja Nein Doch Ich war aber schon gar nicht Mein Reichweite So Hallo Herr Blankwolf Ich sehe Sie Hallo Herr Krian Ihre Powerbomb Seit wann nehmen Sie eigentlich die Powerbomb? Was ist da los? Neben du Remote hast, muss ich mir was anderes einfallen lassen Achso Ach, verdammt zu spät You're too slow I tried I tried At least you tried Tried and failed hard Ja, lass mich doch mal feilen Ich hab Lust Oh, Krizukia kommt Greif es nicht, wenn sie erscheint Ach, du bist aber auch Immer mit demselben Weiß einer, wann Krizukia kommt? Ja, nach 5 Minuten Ja, nach 5 Minuten Jetzt hab ich dich Jetzt hab ich dich aber erwischt Meine Freunde Ist so unfair Ich hatte die ersten 5 Minuten Kein Item bekommen Ach, ich sag classic and special Krian muss noch voten Er votet nicht Ist ihm Nein Ich schreibe grad Ding Das kann nur der Marcel sein dann Was? So Ich hab noch ganz kurz hier mit der Krizukia geschrieben Du auch, Alex Tschüss Worth it Oh, really? Ich hab noch ganz schnell Der Krizukia geschrieben Dass wenn sie Melenbomber spielen will Einfach nachjoinen soll Und in den Channel kommen soll Weil ich dachte mir Die Dame muss hier schon extra eingeladen werden Sie hat's verdient Will ich sie etwas Glanz hier reinbringen Diese ganze Geschichte Voller pubertärer Kinder Hallo Krizukia Wenn man von Kalfel spricht Hallo Wie war das unsichtbar und geschmackslos? So Wie geht's denn, Krizukia? Joa, ganz gut Und euch? Zu Fuß Geht's Joa Nein, die Bombe! Nimm sie doch Nein, ich will nicht doch Ach, Krian, da hätt's jetzt schneller sein müssen Warte, das ist ja Marcel nicht, Krian Haha So, wir sperren dich hier mal ganz kurz ein Damit ich mir die Sachen hier schnappen kann Alles schnabulieren hier Oh, das nehm ich aber mit Was hast denn du am Power? Nidlich Tschüss Ah, nee, du schnupst nicht, verdammt Musst mal schnell genug da rüber gehen Oh Lass mal hier hin Tschüss Wapp, verdammt Wapp, wapp, wapp Also, weiß, Krizukia einfach nachjoinen einem von uns, gell Joa, bin dabei Ich schee Ne, ich bin die immer für Classic, special, classic, special, classic, special Rings 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 ist einfach Beste Oh, wer ist Bestblau? Guck, jetzt läuft das hier oben wieder richtig Alex, immer noch ist Immer noch, du Ja, also die Der Blankboop ist einfach dauerblau Äh Verdammt, ich hätte warten sollten So, unseren schlechten Witz haben wir auch rausgehauen für die Folge, sehr gut Bin ich ja zufrieden Hallo, da hat jemand eine Tür aufgemacht Ach, wie schön Kuscheln Kuscheln Eine Anrufigkeit hatten wir grad nicht Haa, oh Danke Ich bin so froh, dass ich hier lecker bin Ah, verdammt Nur nach unten gehen müssen I tried Und ich hab schon wieder gefehlt Ich weiß I tried and failed hard Ja, das hast du schon mal gesagt, irgendwie Du wiederholst dich Blanken Schön, dass ich mal wieder zutrifft Was ist los mit dir? Ach, wie schlagt ihr euch da ein bisschen rum? Ich nehm hier die Bomben mit Ach, jetzt kommt der auch noch von da Irgendwie halt hier hin Schnappen uns nicht die Bombe Okay Dann hat überhaupt jemand von mir schon mal irgendeine Stärke gefunden? Ja Ich eine eben gerade Ist Stärke neu nicht gut? Ne, eigentlich nicht Achso Schade Gut Dann brauchst du sie doch nicht Dann nehm ich die andere auch noch Ah, guck mal Rotat, Powerbomb Ich hab's gesehen Der versucht mich wieder zu töten Das ist nichts Neues Der hat sonst kein Hobby Nein, überhaupt nicht Hey Danke Komm doch Danke Ach, der Sack hat wieder Bemold Oh, guck mal Hier geht ordentlich was ab bei uns Der versucht mich immer noch zu töten Der süß Nein Verdammt Danke Eins Ach, du hast ja gar keine Power Was mach ich mir da Sorgen? Wie süß Wie niedlich Guck mal Guck mal Juhu Oh Da ist er weggeflogen Jetzt aber schnell, du Bitte zögert das nicht wieder so krass raus Ja Was? Ich war nicht mal drinnen Was für ein Beschiss schon wieder Typisch Wie ich halt nicht mal drinnen stand Das war der einzige Punkt, wo nichts hätte hinkommen dürfen Er wählt mir nicht Nö, ich lass das hier das Zufall machen Classic Was für ein Worts, ey Welcher Dude hat dich gewählt? Dann halt die Fresse und beschwere dich nicht drüber, wenn du selbst nicht votest Ich hab gewartet Ich geh immer wählen Ich weiß, wie wichtig wählen ist Ich werde 100 pro wieder Wahlhelfer sein dürfen bei der Wahl 2016 Müssen? Ja Es heißt zwar, es wäre freiwillig, aber es wird entlohnt Die haben sogar das Gehalt erhöht Ja Ich hab schon wieder keinen Bock mehr, ey Wie er da in seine eigene Bombe reingerannt ist Das sah schon lustig aus Oha Ich flieg mal wieder los Das war ich noch nicht mal Na klar, du bist doch lila Ja und? Ich hab nichts gemacht Nein, es spornt genau bei dir, ey Ich fass es nicht Wee, wee, wee Haha Ich stand nicht mal bei meinem Das ist, ey Ja, so ging es mir auch eben Aber ich bin ja in meine eigene Bombe gerannt Du bist ja eben in deine eigene Bombe reingerannt Nicht auf meinem Bildschirm Hast du was am Power? Ja, hat er Hat er, hat er Ich warte mal ganz kurz So, jetzt geh ich hier rein Wir sind ja verreckt Ah, jetzt ist früher zünden müssen Etwa so Wie der da abgeht Ach, Marcel war bloß grad ein bisschen langsam Ich hab jetzt mal Lust auf Classic Spezial Deswegen wähle ich das jetzt Weil sonst wird es sauernd Wings Jetzt wird es wieder Classic Weil Plankpuff meint, dann müsste was Besonderes sein Ich wollte dich nur ärgern Achso Krizukia, wo bleibst denn? Ich bin nicht da Send den Client info Nice Wer hat denn da bitte jetzt schon Remote? Marcel Marcel hat Remote Ne, hab ich nicht Du bist Alex Ne, bin ich nicht Dann ist es Kriyan Weil er lügt Ich lüge nie Immer diese Vorwürfe gegen mich Ja, ja genau Ich hab dich doch grad so Satelliten dran pappen sehen Was, Kriyan, hockt dich da jedes Mal hin Und pappt einen neuen Satelliten dran? Klar Oh, machst du dir so viel Mühe, Kriyan Macht Spaß Ich mag ihn nicht, ich mag ihn nicht Kannst du nicht welche kaufen, die schon welche dran haben? Wäre das nicht einfacher? Schade Oh, verdammt Ja, super, danke, du hast es kaputt gemacht Oh, nein, warum musst du das Zeug jetzt genau bei mir spawnen? Ach, ich hab nur eine Bombe, verdammt Ich hab gar nichts, bis auf meine Bombe Moment, ich muss da weg Guck mal, was da oben so ist Hier ist ja alles los, guck mal Meins, 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 meins Meins, 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 meins Alter, wie schnell bist du? Du Franzose Na, er rennt wieder vor allem weg Ja, genau Ich bin hier der Einzige ohne Nein, ich hasse dich doch Hof hat's gemacht So, nehmen wir uns hier mal so ein paar Bomben mit Oh, der hat Leinenbomben Nee, ich hab die gerade gelegt Echt? Ganz brav, wie ich bin, jeden zweiten Okay, da bist du gerade, alles klar Ich wüsste ehrlich gesagt gern, wo du bist Ah, da bist du Hi Oh, verdammt Ah, ich hab's nicht gesehen Krizukia ist da Hallo, Krizukia Hallo, Krizukia Hallo Hab's mal Ich bin uns einig Ich will uns nicht einig sein Zack, das hast du jetzt davon Hallo, Marcel Krizukia, dann tu mir doch mal einen Gefallen Ich will dich nicht Ja Bitte, Marcel Verdammt, er hat's wieder geschafft Ja, das war er Ich lasse es doch, ich will doch nicht mehr Wir sind schon gemein Wieso? Weiß nicht Jetzt hast du wieder angestellt Eigentlich nichts Bist du wieder assozial zu unseren Mitspielern? Ach, Quatsch Oh, na toll Alex hat, äh, Remote Jetzt schon? Der cheatet Endlich hatte ich auch mal Glück Das Schlimme ist ja, er nennt das Glück, weißt du Wo er es gecheatet hat Na klar, er ist ja Admin Ich war Alex Hm So, gehen wir erst mal weg Da oben ist der Blankwolf, alles klar Aber weißt du, wo ich bin? Das hab ich gesehen Wahrscheinlich deswegen Oh, er hat Wallhack Ganz klar Es wär irgendwie saulustig, oder? Aimbot Bei Melonbomber Der legt die Bombe genau vor ein Wow, du warst doch gar nicht hier Zack, zack Oh, verdammt verkackt Oh, das nehmen wir doch gerne hier Guck mal, das nehmen wir doch gerne Das kann man mitspielen Wo läuft eigentlich Pesuki herum? Äh Oh Da war Blankwolf Was? Hallo Scheiße, du hast das Piercing? Nein Vor mir war ein Block Wie hast du mich dann getroffen, bitte? Natürlich was Piercing Gut Andere Hacks Ich hab nämlich auch Admin-Rechte Tschüss Tschüss Oh, verdammt Der hat Kicken und Piercen Das ist Assi Ja, der beides von mir wahrscheinlich aufgehoben Ich bräuchte auch mal Alex, schreib dich nicht ab Lern zielen Okay, da bist du nicht Dann kann ich hier hingehen Schnell hierhin Oh, das war Knapsinger Ah, da bist du Hallo Hi Du bist schnell genug Du kannst ihn austricksen kreieren Jan, hast du nicht Bomb-Kick? Doch Aber das Gute ist, dass er nicht zielen kann Ja, das ist richtig Ich komm nicht weg Bin ich an der Ecke hängen geblieben Verdammt Schade Das war grad classic, gell? Bin ich natürlich für Wings Geh nicht jedes Mal denselben Schmarrn da spielen Dann dürfen wir nicht Gary's Mod spielen Das ist im Endeffekt alles dasselbe Stimmt, das ist alles Gary's Mod So, mal gucken, was jetzt hier Schönes passiert Ich werde erstmal in Ruhe looten Rücken und leveln Richtig Sichten und vernichten So kann man's auch machen Was denn? Och, wer ist denn blau? Ich hab jetzt schon zweimal Piercing eingesammelt Aber immer noch keine absolutische Stärke Ich auch, ich auch Ich hab auch keine Stärke und zweimal Piercing Was? Auf zu lügen Ich lüge nicht Der Krier kann sich ja beobachten Ich kann ja vor eine Tür zu klingeln Nein, Vesukia Du kannst damit nicht umgehen Oh, Dankeschön Guck mal, wie unfreundlich das Kill den mal, Vesukia Los Töte Blankwolf Töte ihn, los Feines Vesukia Wölfe sind sowieso verboten Was da los? Eine Power Der Alex hält sich grad ganz schön zurück verbal Boah, da drüben geht's aber ganz schön rund bei euch Was macht ihr für Spielereien? Ganz viele Jetzt mal ohne Schmarrn, ey Ihr seid ja nur am Explodieren bei euch Uah Hahaha Seit wann hast du Piercing? Oh Noch Allesamt mit Piercing hier Echt? Na alle, bis auf einer Bzw. eine Na komm, ich mach mich jetzt selbst tot hier Hättest du genug Power gehabt? Ja Ja Dafür schon Dafür jetzt noch gereicht Puff Ne, weg Willst du grad mal einen Tick zu spät abbiegen, das ist ja voll lustig gewesen Kam schon Wir verfolgen mal die Vesukia, wie sie jetzt mit ihrem Remote Control agiert Ach man nicht, dass das knapp war? Das Schlimme ist, so wie es scheint, Gizuki hat zwar Remote Control, aber sonst einfach nichts bekommen Richtig Das ist unschön Boah, was da in der Mitte abgeht, ja LOL Ich hab's überlebt NEIN NEIN Hahahaha Unglaublich, ey Scheiß Franzose Unglaublich Wieso ein scheiß Franzose? Aber wir haben 20 Minuten Ich wollt grad sagen, machen wir noch eine, oder? Ich würd sagen, eine machen wir noch Auf geht's, eine machen wir noch Ich drück auch kein Ding, das soll entschieden werden Das hat jemand noch gedrückt Ich hab's genau gesehen Muhahaha Das war Alex der Nu So jetzt ja, sollten natürlich jetzt der Blankwolf gewinnen, müssen wir dann noch eine machen Minimum So, ich würd sagen, wir spielen jetzt mal richtig hier Ah Alex hat gesagt, zum Finale mache ich nicht mehr mit Gerade da, wo ich gestorben bin, ploppt dein Remote auf Alex Ich hasse dich Heul doch Wo bist du gestorben? Er ist nicht mehr da Er ist nicht mehr da Tschüss Tschüss So Das heißt jetzt nur noch Grysukia Du bist da unten, hab ich gesehen Oh Grysukia Grysukia, ich komme Oh nein Eins Zwei Kryan kommt vorbei Moment, ich brauch nicht mehr lang Kryan ist gleich hier Ich häm aber noch hier ein bisschen Speed mit Ich möchte ja wegrennen können Klingelstreich machen möchte ich machen Ich möchte ein Klingelstreich bei dir machen, falls das noch jemand kennt Ich find ja Klingelstreich hat im Englischen ein sehr schönes Wort Echt? Ring Ring Bei den Engländern heißt Klingelstreich Ding Dong Ditching Das ist geil Oh MEIN Aber ich hab trotzdem gewonnen Ich hoffe ihr habt Spaß Bis zum nächsten Mal Tschüss Ciao Leute Tschüss